Oh, es schmeckt mal! Nee, nee! Das ist von euch, oder? Oder, oder? Nee, das ist also die Päne. Das ist ja die Päne schmeckt mal. Das ist ja die Päne schmeckt mal. Ja, das ist ja so. Ja, ich glaube, ihr habt heute schon ein bisschen das ist ja richtig. Die haben sie innen. Der hat da irgendwie getromt. Der Päne geht auch gut aus. Das ist in den Brunnen, der hat sie eigentlich getromt. Das bringt an, der hat sie getromt. Das ist ja die Päne, oder? Das ist ja die Päne, oder? Da haben wir alle noch genauer. Das ist schon getromt. So, auf Start. Ähm... Start Nummer 1, natürlich, 20, 30 ja. Ich stelle gleich nicht aus. So, zwei alte Bekannte, Lutz Pietsch auf einem ZD-323 mit 100 PS. Und die 39, ein jedenfalls Einnahmenbekannter, Ingo Woll mit der Startnummer 39 aus Weißwasser. Und auch hier gehen die Schilder runter. So, Ingo hat eine andere Getriebeübersetzung und auch die Bereifung spielt beim Ingo eine Rolle. Boah, das sieht mir doch glatt nach einem Vollvoll aus bei Beinen. So, Ingo Woll hat einen Vollvoll geschafft. Und auch Nutzung. Lutz Pietsch, alle beide mit einem Vollpull. Und damit in der nächsten Runde. Ingo. Ich kann nicht immer weit! Wolle sind hier. Wir sind hier bei Beinen. Ja, liebe Gäste, Sie sehen, mit dem zusätzlichen Gewicht gibt es auch hier Armprobleme. Also Startnummer 124 Lutz Peach mit 38,5. Und Ingo Boll mit der Startnummer 39,51,8. Die Klasse der Traktoren über 101 PS bis Braujahr 1990. So, weiter geht's. Das ist eine Strecke von 51,8 Metern zu schlagen, das ist im Moment die größte Weite. Und Sie sehen, das Streckenpersonal hat ein bisschen gewechselt. Der Lehrling, der Vorhafen-Hallendorf, unser Moritz Trottnäck. Zeigt auch, was er bis jetzt gelernt hat in seinem ersten Lehrjahr. So, Startnummer 87, äh, 87, Entschuldigung. Startnummer 87, ähm, 44,7. Und die 88, 38 Meter. So, die 87, das war Rico West aus Schmölln. Auch eine relativ weite Anreise gehabt. Und Elias Schmidt aus Soland. Beide auf einem ZT 323. Und zwar mit einem MTS 550 mit 80 PS. Und nebenan das Gefährt durfte die 172 sein, außer der Wertung. Jetzt mal einen Gang suchen. Das wird schwer für den Tom. Aber ich bin jetzt trotzdem, dass du eine Rumpf anstゃlen kannst. Aber ihr kämpft, noch ist der Ton ganz kurz vorn, in diesem Lauf. Hier geht es um Zentimeter.